Gezeugt durch das Evangelium. 1. Korinther 4, Vers 15 Wenn ihr auch zehntausend Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durchs Evangelium. 2. Die Wieder- oder Neugeburt oder die Geburt von oben ist eine ganz persönliche Angelegenheit, die einiges voraussetzt, aber dennoch außerhalb unseres Leistungsvermögens steht. Wir können uns diesen Persönlichkeits- und Sinneswandel von oben nicht antrainieren oder ihn uns durch Suggestion selbst zuführen, unterschieben oder einverleiben. Glaube ist nicht logisch, zumindest nicht nach weltlichem Maßstab und erfolgt auch keinem entsprechenden Schlussfolgerungen. Glaube ist eine Form des Gehorsams. Denn Gott gebietet den Menschen umzukehren und Buße zu tun. Hesekiel 33, 11 und Apostelgeschichte 17, 30 Das Neue Testament informiert uns darüber, dass wir heilig sein sollen. 1. Petrus 1, 14 und 15 Man könnte sicherlich jetzt ironischerweise sagen, nichts leichter als das, aber so ist es ganz bestimmt nicht. Der natürliche Mensch kann nämlich damit gar nichts anfangen und wenn, dann interpretiert er Dinge hinein, die damit nicht gemeint sind. 1. Korinther 2, 14 Es ist gewissermaßen unser menschliches Erbe, in diese Heiligkeit zurück und umzukehren, zu Gott zurückzukommen. Wer aber aus eigener Kraft versucht, heilig und ein neuer Mensch zu sein, wird daran verzweifeln und zerbrechen. Selbst wenn ich den freien Willen dazu hätte, mich hier mit Haut und Haaren, aller Kraft und allem Mut und jedweder positiven Einstellung zu investieren, wäre ich trotzdem immer noch weit davon entfernt, es umzusetzen und zu realisieren. Ich würde maximal zum verkrampften Moralisten werden, der verächtlich auf seine Mitmenschen schaut. Der Apostel Paulus fasst dieses Dilemma in seinem Brief an die römische Gemeinde treffend. Die Kraft und Wirklichkeit der Erlösung besteht nun darin, dass Gott mir die Neugeburt einpflanzt. Durch die es mir dann möglich ist, ein neues Leben in der Kraft des Auferstandenen durch den Heiligen Geist zu leben. In Kolosser 2, 12-14 steht, Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe, mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Und das wiederum bedeutet, dass wir tatsächlich Erben Gottes geworden sind. Es ist eine göttliche Tatsache, eine geistliche Wirklichkeit. Der Gehorsam Jesu hat die Glaubenden zu Gerechten gemacht. Wenn wir wollen und Jesus gibt seinen Segen dazu, wenn der Heilige Geist uns so führt zum Kreuz, zur Vergebung, zur Erlösung, dann sind wir Kinder Gottes und dann sind wir auch gehorsam, wenn wir das dann für uns ganz persönlich in unserem Herzen, unserer Seele annehmen, annehmen können. Dann wird es auch immer ein Vollbringen geben, weil Gott dahinter steht und weil er uns diese Erlösung in Jesus Christus zugesagt hat, wenn wir denn an ihn glauben. Und auch dieser Glaube kommt von oben. Und wenn unser Wunsch es ist, erlöst zu werden und der Heilige Geist sorgt dafür, dann werden wir an Jesus Christus auch nicht vorbeikommen wollen und vorbeidenken wollen, sondern dann ist er tatsächlich auch für uns ganz persönlich der Weg, die Wahrheit und das Leben und der einzige Weg zu Gott. Dann haben wir daran keinen Zweifel und dann wird das Kreuz und das Blut immer im Mittelpunkt meines Glaubens stehen. Auf diese Weise sind wir dann Kinder Gottes geworden und es ist, wie gesagt, rechtens, wenn wir dann auch mit Erben Christi geworden sind. Römer 8, 17, Galater 3, 29 und Galater 4, 7 nachzulesen. Ich bin einmal unverblümt. Man muss schon blöd sein, wenn man keinen Wunsch verspürt, sich diesem wunderbaren Gott und himmlischen Vater anzuvertrauen und sich nach der Neugeburt zu sehnen. Diese Zeugung im Geist geschieht nur und allein durch die Kraft des Evangeliums. Wer es glaubt und sich im Gehorsam auch taufen lässt, als äußeres Zeichen, Die Taufe an sich rettet einen nicht. So jemand ist dann auch selig. Markus 16, 16. Und es gibt wohl auch Gläubige, Religiöse, die merken, dass ihnen noch etwas fehlt. Und damit sind dann die angesprochen, die tatsächlich dann nach dieser geistlichen Neugeburt, dieser Geburt von oben, sich ausstrecken. Und dann dürfen sie, wenn sie das merken und feststellen, dass ihnen da was fehlt, dann dürfen sie Gott auch darum bitten. Es ist allein Gottes Gnade, auf die wir hier hoffen dürfen, so wie Paulus es an die Gemeinde in Ephesus auch geschrieben hat. Da heißt es, Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen, in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Epheser 2, 8-10 In 1. Petrus 1, 3-5 steht, Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben, zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Eine Hoffnung, die wie eine Seifenblase zerplatzt, ist nicht lebendig, sondern war von Anfang an irreführend, eingebildet und alles andere als lebendig. Wie anders ist es mit dem, was Gott uns in seinem Wort der Bibel verheißt. Da geht es nämlich um eine lebendige Hoffnung. Und diese ist ganz und gar nicht menschlich und somit fehlbar und ernüchternd, sondern von Grund auf fest, wahr und barmherzig. Wir wissen, dass die Neugeburt die Voraussetzung dafür ist, um in den Himmel zu kommen. Denn in Johannes 3, 3 sagte Jesus zu Nikodemus, Diese Neugeburt liegt nicht in unseren Händen. Sie unterliegt keiner menschlichen Logik und kann auch nicht produziert, erzwungen, erarbeitet oder erträumt werden. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, die einen Menschen zu einer neuen Kreatur macht. 2. Korinther 5, 17 Das bedeutet letztlich, dass ich mich als Mensch für Religion, Gott, Jesus und Bibel interessieren kann und mir auch eine gewisse Bildung anzueignen vermag, aber dadurch nicht automatisch von Neuem geboren werde. Man kann den Heiligen Geist schmecken und in seiner Wirkung wahrnehmen, aber das bedeutet nicht, zwangsläufig damit dann auch erfüllt und versiegelt zu sein. Wie anders ist es zu erklären, was in Matthäus 7, 21-23 steht. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geiste ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen. Ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Gnade und Selbstgerechtigkeit passen nicht zusammen. Die Entscheidung für Gott setzt voraus, dass man sich mit dem Inhalt der Bibel auseinandersetzt und sich darauf einlässt, wie und wo und wodurch auch immer. Aber es ist kein Automatismus, sondern Barmherzigkeit, wenn so ein Interesse und dem Hören oder Lesen einer Predigt eine Buße, Bekehrung und Neugeburt folgt. Römer 2, 4. Nicht anders. In Titus 3, Verse 4-7 lesen wir. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er rettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegriffen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir, durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Das hebräische Wort für Barmherzigkeit heißt Rachamin und das Hauptwort Racham bedeutet so viel wie Gebärmutter. Was für ein eindrückliches Bild. Wenn wir nun die Neugeburt in dem Zusammenhang mit der Barmherzigkeit Gottes sehen und verbinden, merken wir schnell, dass diese göttliche Eigenschaft das Mittel und Gefäß war, einem glaubenden Menschen zu seiner Zeit auch zur Neugeburt und somit zur Errettung laut Titus 3 zu verhelfen. Ein reiner Akt der Gnade. Die Barmherzigkeit Gottes drückt sich hier in der geistlichen Neugeburt aus. So wie eine Frau ohne Mitwirken des Babys ein leibliches Kind zur Welt bringt, geschieht es geistlich ohne unser Mitwirken, dass Kinder Gottes zur Welt kommen. David betete in Psalm 103, Vers 1-4 folgendes Gott segne euch. Gott segne euch. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!